Du fragst dich, welchen Adventskalender du dir dieses Jahr gönnen möchtest? Schau mal! Selbstverständlich unseren Full-Size Crash & Friends Adventskalender! Und schon wieder sitzen wir hier, selbe Position, gleiche Stelle, alle Jahre wieder mit unserem dritten Full-Size Adventskalender. Das Ding ist voll, voller Leben, voller Beauty, voller Deine Mutter, voller Glow, voller Neuheiten natürlich. Kommen wir direkt zu den Facts. Wir haben hier einen Warenwert von 260 Euro für 99,99 Euro. Das heißt, du kriegst für weniger als die Hälfte des Preises so viel mehr Inhalt. Du hast also schon so viele Geschenke für deine Liebsten zum Beispiel und alles, ja, so viel günstiger, als würdest du einzeln alles kaufen. Es sind 24 Türchen und 27 Geschenke. Auch hier kriegst du teilweise mehrere Produkte in einem Türchen. Yay! Wir sind so, so stolz, dass wir so einen hohen Warenwert zu so einem guten Preis geschafft haben. Denn du weißt, wir als eine neue Marke Crash Cosmetics und als auch Small Business ist uns Transparenz super wichtig. Und deshalb ist dieser Kalender sowas von voll gepackt mit geilen Produkten. Was erwartet dich in unserem Beauty Adventskalender? Selbstverständlich eigene Crash-Produkte. Darüber sind wir sehr stolz. Und dieses Mal einzigartig auch Produkte, die es so noch nicht gibt. Der Adventskalender ist jetzt online auf crashcosmetics.com und der ist sogar versandkostenfrei. Unser Adventskalender ist jetzt auch online bei purish.com. Wer Purish noch nicht kennt, dies ist ein Beauty-Online-Shop. Da gibt es supergeile Marken, die super schwer sind, hier in Deutschland zu bekommen. Genauso auch wie letztes Jahr. Darüber sind wir super stolz, dass wir wieder einen Vertriebspartner an unserer Seite haben. Der Versand ist im Übrigen bei Purish etwas günstiger, falls du nicht aus Deutschland bist. Also im Ausland lebst. Das würde sich auch für dich lohnen. Letztes Jahr war unser Adventskalender super schnell ausverkauft. Deswegen jetzt sehr, sehr schnell sein. Denn super viele waren auch echt traurig, dass sie keins bekommen haben. Kein Wunder bei dem Inhalt. Und wir haben wirklich unsere Seele gegeben. Es war hart, aber dafür, dass das hier entstanden ist, sind wir einfach so unfassbar glücklich. Und wir können es kaum erwarten, bis du den Kalender in deinem Zimmer stehen hast. So. Steh. Wir sind mega happy, dass der Adventskalender so gut bei dir ankommt. Die Resonanz ist der Hammer. Wir kriegen bis heute noch mega Feedback, was auch die letzten zwei Adventskalender angeht. Und für uns war wichtig, dass dein Feedback auch zu diesem jetzigen Adventskalender mit reinfließt. Für das Design haben wir uns eine junge, talentierte, neue Grafikdesignerin an die Seite geholt. Vor allem wollten wir als Small Business auch ein weiteres Small Business unterstützen. Und zwar die liebe Christina. Sie hat das hier komplett designt. War für uns selbstverständlich eine junge Künstlerin zu supporten. Schau unbedingt bei ihr auf Instagram vorbei. Sie zeichnet so heftige Porträts. Das ist so ein unfassbares Talent, das wir unbedingt fördern wollten. Tun wir mal das große Ding hier noch vorne. Yes. Wir drehen einmal um und zeigen, wie toll Christina uns gezeichnet hat. Sind es wir? Sind es wir? Sind wir sowas von in minimalistischer Art. Tja, Merry Christmas, Merry Chrysler. Merry Chrysler. Merry Chrysler. Merry Chrysler. Wir starten jetzt direkt mit einem Knaller. Ja, und nicht nur ein Knaller, sondern zwei. Nicht nur Mutter, sondern auch Mutter und Vater. Oh Mann, Luisa, du bist so blöd, wirklich. Wir sind so, so froh. Und zwar ist Essence Cosmetics mit im Kalender. Hier das I Love Extreme Crazy Volume Mascara in der Waterproof Edition. Und ein Plumping Nudes Lipgloss in der Farbe Big Bang. Big Bang. Wuhu. Wo ist da? Und zwei hier. Oh ja, das mit den Zahlen suchen, wird's ein bisschen. Aber hey, die Zahlen sind riesig. Voll, also man kann es eigentlich gar nicht übersehen. Reden wir nicht drüber. Von lauter Bäume sieht man halt den Wald nicht mehr. Dieses Jahr wieder mit dabei, Wahnsinn, ist Luvors Heilerde Maske. Wir schätzen Luvors so sehr, sie sind zum dritten Mal in unserem Adventskalender mit dabei. Und wir finden einfach Heilerde so gut und auch so wichtig für die Haut. Ja. Das ist ein so gutes Produkt, das muss ja einfach in unserem Adventskalender sein. Das reicht ja. Gut, dass du mir das sagst. Ich hätte sie jetzt nicht entdeckt. Hättest du nicht gesehen, gell? Ja, weiter geht's, oder? Ja. Geht doch mal. Lass mich doch rauspacken. Guck mal, die kannst du kaum erwarten, ey. Ja, ich bin total aufgeregt, weil ich freue mich jedes Mal da drauf. Jedes Jahr auf diese Türchen. Und obwohl wir diesen Adventskalender eine Million Mal durchgemacht haben, weiß ich immer noch nicht, wann welches Produkt kommt. Also ich habe die Liste selber gemacht. Über sie wollen wir auch gar nicht reden. Sie ist Mutter geworden das zweite Mal. Zum zweiten Mal das ganze Projekt ist sie entschuldigt. Danke. Das ganze Projekt fiel direkt in der Schwangerschaft an. Noch bevor es erzeugt wurde, während es erzeugt wurde. Oh nein. Ich hatte dann irgendwann endlich mal die Entbindung. Frühzeitig, ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Er ist geboren. Diesmal aber aus meiner Gebärmutter, nicht aus ihrer, weil sie hat schon genug rausgepresst. Kommen wir zum nächsten Türchen. Warum schwanken wir so ab? Und zwar, Mie, wer ist das erste Mal dabei? Wahnsinn. Wie krass ist diese Marke? Und zwar hier mit einer erfrischenden Tagespflege, 24 Stunden Feuchtigkeit mit Vitamin E. Ich liebe Nivea, ich habe die komplette Reihe davon und saugt gut auf und ich finde, das ist einfach mega. Perfekter Start. Diese ist sogar mit Stiftung Warentest mit gut bewertet worden und hat ein LSF von 15. Viel zu viel Gerede über Baby aus Gebärmutter gepresst. Weiter, bitte weiter, nächstes Türchen kann man hier uns ernst nehmen. Also danke, dass du hier bist. Wir freuen uns und lieben dich. Weiter geht es mit einer richtig krassen Marke, die auch zum dritten Mal wieder dabei ist. Ey, wirklich. Und zwar Adele mit richtig geilen Wimpern. Es ist einfach ein Must-Have. Ich habe extra welche ausgewählt, die eben ein bisschen fluffy sind und super auch für den Alltag und vor allem auch für Anfänge, weil sie ein durchsichtiges Bändchen haben und die auch so natürlich einfach ausschauen. Sag mir ja nicht, du bist kein falscher Wimpernträger. Sobald du die einmal ausprobiert hast, du willst nicht mehr zurück. Also probier es definitiv aus. Entschuldigung, ich muss meine Träne abwischen. Wieso? Das ist so sentimental gemacht, ohne Witz. Bei diesen Türchen haben wir besonders auf deine Kritik, auf dein Feedback von den letzten Jahren gehört. Denn alle, die sich falsche Wimpern aufkleben, haben gesagt, Luisa, mir fehlt ein falscher Wimpernkleber. Da drin ist er natürlich auch in einer großen Größe und zwar auch hier von Adele. Und hier den Brush-On Eyelash Adhesive. Je nachdem, welchen Kalender du bekommst, hast du entweder den Wimpernkleber in der schwarzen Variante, also perfekt, um den Wimperngrad schön zu verdichten, oder in der durchsichtigen Variante. Okay, Riesen-Oschi hier am Start. Happy Nikolaus! Oh! Aber was ist diese Röhre hier? Damit peitsche ich dich jetzt aus. Nein. Das findest du dir. Du musst eigentlich hier deinen Ehemann auspeitschen hier. Wo sind wir denn hier? Jonas, wo bist du? Wir haben hier ein Locken-Tool. Ja. Für alle, die das noch nicht kennen, Luisa, du kannst es vielleicht auch einblenden, wie man das ganz genau anwendet. Genau. Vielleicht, falls du dich in den TikTok-Gefilden befindest, das ist ein hitzefreier Lockenstab sozusagen. Und das kannst du einmal um dein Haar legen, vor allem auch abends, nachts und dein Haar drumherum wickeln und mit den Haargummis hier unten, die natürlich mit dabei sind, deine Haare hier unten befestigen an beiden Seiten. Genau. Oder zum Beispiel auch hier oben mit der dazugehörigen Haarklammer, die da auch dabei ist. Ganz wichtig. Kannst du es dann hier oben befestigen oder deine... Maria? Das war's dann mal mit der Haarklammer. Und die Haarklammer zum Beispiel auch so für deine Haare verwenden. Und am nächsten Morgen hast du richtig geile, hitzefreie Locken. Ich habe das getestet mit meiner lockigen Haarstruktur. Funktioniert unfassbar gut. Vor allem sind das dann auch einfach andere Locken, als ich meine Naturlocken einfach habe. Und in der glatten Haarstruktur hast du dann richtig schöne Wellen. Meine beste Empfehlung ist, nicht zu nasses Haar, weil sonst hast du dann so Mozart-Locken. Genau. Sondern so wirklich so zu 90% trocken. Ja. Dann lässt es so ein bisschen noch so leicht angefeuchtet. Ja, genau. Genau. Und damit hast du am nächsten Tag so schöne Haare und hast wenig Zeit zum Stylen. Und hast es hier direkt. Und das auch noch in einer schönen Farbe. Schön hier aus so einem Seidenstoff. Sehr edel, muss ich sagen. Ja. Und natürlich ist da auch eine Anleitung mit bei, sodass du dir dieses Video nicht zum 3000 Mal ansehen musst. Schickt uns fleißig Bilder. Theoretisch sind es sogar zwei Geschenke. Das ist drei. Uh, okay. Dieses Türchen ist so schwer. Ich glaube, ich weiß, was... Sind es hier wieder 400 Milliliter, oder? Das Langhaarmädchen ist wieder dabei in unserem Adventskalender. Wie krass, dass Langhaarmädchen, also eine Mega-Haar-Brand aus der Drogerie, uns so auch unterstützt. Und zwar hier mit dem Pflegefluid. Das ist ein Liquid Wonder für langes, geschädigtes Haar. Das ist also eine Intensivpflege, die du unter der Dusche verwendest. Also nach dem Schamponieren verteilst du das in deine Längen und lässt sie so für ein paar Minuten einwirken. Und dann wäschst du es aus. Und übrigens ist ein Langhaarmädchen von zwei Friseurmeisterinnen kreiert worden, nämlich Mona und Julia. Liebe Grüße an das komplette Team. Das Produkt ist vegan und enthält keine Silikone. Ja, also mega. Auch gerade für Leute, die darauf achten. Oh, das duftet gut. Das ist auch so ein Produkt, was mir so wirklich am Herzen liegt, muss ich sagen. Das erweckt Erinnerungen in mir, weil Bruno Banani einfach so tolle Düfte hat. Und dieser Duft ist ganz besonders, denn er ist to go. Wie heftig ist, dass Bruno Banani in unserem Adventskalender ist. Und zwar mit einem Parfümstick. Und du kannst das in jede Tasche tun, mit in ein Flugzeug nehmen, ohne Probleme. Der Stick ist im Übrigen zum Rausziehen. Also da kommt einiges raus, du, gell? Wir drehen das alles mal wieder rein. Besser. Machst du es dir hier hin. Also an den Armen, Hals, Dekolleté, hinter den Ohren. Und dann dreht sich einfach jeder um. Das ist einfach Parfüm in Creme Stick Form. Du hast jetzt den Stress nicht mit dem Flakon, die Flasche, die zerbricht unterwegs. Und der Duft ist, boah, der ist so viel intensiver durch diese Creme Konsistenz. Genau. Also wir haben hier einen Parfümstick von Bruno Banani, Dangerous Woman. Ich finde, dieser passt perfekt zu uns. Wir sind Dangerous und wir sind Women. Okay, der ganze Raum riecht schon, gell? Falls du Bruno Banani Düfte noch nicht kennst, noch nicht ausprobiert hast, there you go. Oh ja, noch eine sehr, sehr nice Brand, die wahrscheinlich jeder kennt. Und zwar ist diesmal Catrice mit dabei. So, so heftig. Und zwar mit einem Gesichts-Foundation-Primer. Und zwar ist das hier der Hydro-Primer Love Skin and Respect Earth. Das ist so ein guter Primer, vor allem, weil er extrem Feuchtigkeitsspenden ist. Hinterlässt auch einen schönen Feuchtigkeitsfilm, wodurch die Foundation schön, ja, ranhaften kann. Ich finde, so ein Produkt gehört eigentlich immer in eine Full-Size-Bag, oder? Vor allem auch ein Produkt, was man täglich verwenden kann. Und das hier ist sogar mit pflanzlichen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Bio-Kirsch, Aloe Vera und Kokosnuss. Und 42% der Tube ist aus recyceltem Plastik und mit 100% Ökostrom produziert. Deswegen steht auch hier Respect Earth. Also auch hier eine Mega-Message, die Catrice an die Welt heraus sendet. Und wirklich ein Megaprodukt. I'm so excited. I just can't hide it. Oh, yes. Oh Gott, das macht mich so glücklich gerade. Das ist so dein Produkt eigentlich für dich. Geschaffen. Es ist ihr Produkt, okay? Das hat sie entschieden. Yes. Das ist ihr Einfluss. Also, was ist es? Max Faktor. Herzlich willkommen in unserer Crash-Family. Yay. Ein Lip Liner in einer richtig tollen Nude-Farbe. Also, ich bin super happy, sagen zu können, dass ich mir diese Farbe auch sogar selber auswirken durfte. Weil Max Faktor super viel Vertrauen in uns gesteckt hat. Und ich denke, ich werde niemanden von euch da draußen enttäuschen. Denn dieser Lip Liner ist wirklich mein Leben. Ich trage den jeden Tag in Kombi mit noch was ganz anderem. Aber dazu gleiche. Okay, Spoiler. Das geht ja. Aber zeig mal, wie schön, so eine schöne Nude-Farbe, die passt zu jedem. Auch mit einem Lip Gloss kann man den schön kombinieren. Und diese Lippe wird einfach unnormal Bombe. Max Faktor, finde ich, ist auch eine super edle Marke, wie ich finde. Und hat auch super hochqualitative Produkte. Unter anderem diesen tollen Lip Liner übrigens in der Farbe. 005 Brown & Nude. Wer gerade beim Spoiler von Esther aufgepasst hat, vielleicht weiß er dann, was als nächstes kommt. Denn ein Lip Liner kombiniert sich sehr gut mit einem Liquid Lipstick. Und zwar von Manhattan. Eine weitere mega heftige Marke, wie ich finde. Und vor allem deren Leisting Perfection Liquid Matte Lip Color. Die kennst du safe. Die sind so gehypt, die Liquid Lipsticks von Manhattan. Und wir haben einfach ein Full Size drin. Und zwar hast du entweder die Chance, die Farbe 200 Strapless zu bekommen. Oder die Farbe 120 Noho Mocha. Und keine Sorge, wir haben wirklich darauf geachtet, dass beide Farben Nude sind. Also meine liebsten Farbkombi. Und dass sie auch beide zum Lip Liner passen. Wenn du die kennst, die Long Lasting Perfection Liquid Lipsticks, dann weißt du, wie gut die sind. Ton in Ton bleiben wir beim Thema. Ihr habt es euch gewünscht. Hier ist es. Unsere Crash Ombre Nails. Für jeden Anlass perfekt. Also ihr müsst nicht unbedingt direkt in ein Nagelstudio rennen, wenn es mal schnell gehen muss. Luisa liebt diese Nägel. Sie hat die hoch und runter getragen. Ihr habt die Möglichkeit, die Nägel bis zu 14 Tage geklebt zu lassen. Sofern ihr jetzt nicht unbedingt ins Meer springen müsst. Ja, generell ist es einfach eine günstige Alternative zum Nagelstudio. Vor allem auch für Last-Minute-Events. Du kannst die Nägel auch mehrmals verwenden. Also das sind 24 Stück drin. Eine super Baby-Boomer-Optik. Und es sieht aus, wie jetzt wärst du im Nagelstudio gewesen. Du kannst sie mit Nagellack drüber bemalen oder auch Pfeilen schneiden und kürzen, wie du möchtest. Und vor allem natürlich ist auch der passende Nagelkleber dabei. Genau, wir haben an alles gedacht. Da ist ein Stäbchen drin, ein Holzstäbchen, kleine Pfeile. Also ein kleines Starterset sozusagen. Und vor allem, falls du jetzt zum Nagelstudio gehst und sagst, ich hab da irgendwie keine Verwendung für. Perfekt für die Leute, die zum Beispiel Nagelkauer sind. Da kannst du die super auch verschenken. Und damit kann derjenige erstmal für 14 Wochen keine Nägel kauen. Also es hat mir persönlich auch super geholfen. Okay, auch hier ein schweres Türchen. Das nächste hier. Und zwar, darauf freue ich mich. Und eine sehr neue Marke dabei und zwar Nabla. Nabla ist eine italienische Kosmetikmarke. Und du weißt, die Italiener, die achten so heftig auf Qualität. Deswegen Nabla ist auch eine sehr, sagen wir mal, hochpreisige und sehr qualitative Marke. Und hier haben wir eine Blush-Palette drin. Und das ist jetzt hier die Two Reasons-Palette. In dieser Palette hast du ein Cream-Blush drin. Also auch sehr, sehr trendy zurzeit, die Cream-Blushes. Und zusätzlich hast du auch einen Gloss-Balm da drin. Also einen Pflege-Balsamen für dein Gesicht, für einen schönen Glow zum Beispiel. Und damit sieht deine Haut auch super gesund aus. Also so ein Glow, was von innen kommt. Und damit kannst du zum Beispiel das auch mit deinem Blush mischen. Und das kannst du dann auf den Lippen auftragen, als Lidschatten. Also all over the place. Ich mache es so? Als Lidschatten, als Lippen. Kannst du zum Beispiel auch mit dem Balm auch andere Farben dazu mischen. Und dann kannst du dir zum Beispiel so einen Cream-Highlighter selber machen. Oder wenn du zum Beispiel mehr Pigment aus deinen Lidschattenfarben machen möchtest, dann kannst du einfach Lidschatten mit dem Balm dazu mischen und an deinem Auge auftragen. Also dieser Pflege-Balsam ist super universell. Und zusätzlich, weil wir hier natürlich auch mit Purish zusammenarbeiten, kriegst du hier einen 5-Euro-Gutschein on top. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro. Also das lohnt sich schon, weil bei Purish kriegst du zum Beispiel auch Olaplex-Shampoo. Unter anderem ist zum Beispiel auch Paula's Choice dabei oder Transparent Lab. Super tolle Marken. Und da hast du jetzt einfach einen 5-Euro-Rabatt. Bist du da? Ja. Oder verfängt sich gerade irgendwie ein Kind in deinem Haar? Weiter geht es mit der Marke Isana. Und zwar ein Augen-Roll-On, ein Hydro-Booster. Wirkt sofort bei Augenringen mit kühlender Massagekugel. Pures Hyalurone. Kann ich nur wärmstens empfehlen, gerade morgens. 1, 2 und zack, siehst du frisch aus. Trust me. Ich spreche aus Erfahrung, was Schlafmangel einfach ausmacht. Das ist richtig gut, muss ich sagen. Kriegst du es raus? Soll ich dir helfen? Ja. Aber ihr könnt das auch, Trick 17, direkt in den Kühlschrank tun. Es ist noch kühler. Ja, vor allem auch super Feuchtigkeitsschwenden unter den Augen. Genau, richtig. Du kennst es auch, wenn dein Make-up sich unter den Augen so trocken absetzt. Und das ist einfach ein Zeichen, dass dir Feuchtigkeit unter den Augen fehlt. Und damit kriegst du nochmal schön die Feuchtigkeit dazu. Ja, es ist einfach ein frisches Gefühl. Und ich finde, in der Morgenroutine ist es einfach ein Master. Oh, okay. Ich sehe hier schon mehrere Produkte in diesem Türchen. Und oh mein Gott, ich glaube es echt nicht. Das ist eine Luxus-High-End-Skincare-Brand aus Frankreich. Auch echt cool, weil es die schon seit 30 Jahren gibt. Und du weißt, wie es sich mit High-End-teuren Marken verhält. Ich versuche wirklich, das Beste für dich rauszuholen. Gerade wollte ich ein Full-Size-Produkt haben. Aber das ist halt schon echt kostspielig. Aber keine Sorgen, bevor du dich hier aufregst. Ich habe einen perfekten Kompromiss gefunden. Genau, richtig. Und zwar handelt es sich um die Marke Nuxe Paris. Und das ist jetzt hier deren Multiproposed Dry Oil für Face, Body und Hair. Und du siehst, das ist eine Probegröße. Aber das Öl hier ist super ergiebig, weil du davon echt wenig brauchst. Und jetzt denkst du dir, hä, Probegröße, keine Sorge. Um das Ganze auch so ein bisschen auszugleichen, kriegst du auch gleich ein zweites Produkt von Nuxe. Und zwar deren Hand-End-Nail-Cream. Also hast du hier zwei High-End-Produkte. Das ist einfach ein riesen Fortschritt für unseren Adventskalender. So eine hochwertige, ja auch teurere Marke im Kalender zu haben. Vor allem meine Winterhaut, die leidet so extrem an trockenen Stellen. Und dieses Öl ist so nice. Vor allem auch, weil es sich nicht zu ölig anfühlt, aber es pflegt deine Haut und Haare extrem. Meine Spitzen fühlen sich dann super geschmeidig an. Und vor allem Händelwinde sind eh immer am Austrocknen. Und das ist auch hier super gegen trockene Nagelhaut, weil, ja, ich bin komplett vertrocknet. Super schnell in der Tasche eingepackt. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk unter anderem. Also die Produkte sind wirklich richtig, richtig gut. Was hämmert hier? Was hämmert denn da? Hör mal, wer aber hämmert. Hello, hello. Dieses Jahr wieder mit am Start. Trend it up. Yeah. Mega. Wir haben hier einen richtig geilen Eyeliner. Ich zeige euch mal ganz kurz. Boah, die Spitze ist richtig spitz und präzise. Hallo. Oh, geil. Ja, mega. Perfekt. Eyeliner kann man immer brauchen. Richtig tolles Produkt. Vor allem, ich liebe Eyeliner. Ja, du trägst ja jetzt schon ein. Ja, ich trage voll oft Eyeliner. Ich mag das einfach. Deswegen ein Master auf jeden Fall. Dieses Produkt ist so interessant und ein mega Hair Hack. Ja. Pass auf. Und zwar haben wir hier Invisibobble drin. Und auch hier mit mehreren Produkten. Und zwar haben wir hier den Invisibobble The Easy Ponytail Tool Voluminizer. Das hier sieht mega unscheinbar aus, aber ist einfach ein mega Hair Hack. Denn beim Zopf machen, tust du dir das einfach hier hinten rein und deine Haare oben drüber. Und du kennst vielleicht, wenn dein Zopf einfach gefühlt so dünn ist, weil einfach feine, dünne Haare. Und du möchtest einfach einen mega voluminösen Zopf haben. Und das Ding hier hilft. Auch extra durchsichtig, damit wirklich jede Haarfarbe abgedeckt ist. Und damit ist dein Zopf einfach so dick. Und zusätzlich in der Verpackung hast du auch hier zwei Haargummis mit drin. Du kennst vielleicht Invisibobble. Das sind nämlich diese Telefonkabel Haargummis. Also super schonend für die Haare. Du hast dann auch keinen Knick bei den normalen Haargummis. Ja. Weil sich die Haare einfach hier schön reinlegen können. Und gerade mit diesem, ja, Zopf-Hack-Produkt ist das so, so nice. Ich bin so gespannt, wie es dann bei dir aussehen wird. Das ist aber auch wieder groß, ne? Schwer, oder? Oh, krass. Okay, der Kalender wiegt 8 Kilo übrigens. Der Versand freut sich. Ich finde, man kann nicht genug davon bekommen. Ja. Ganz ehrlich, Leute. All-Time-Favorite. Absolut. Unsere eigenen Make-Up-Beauty-Schwämme. Ja, und natürlich den riesen, riesen Orschi, den großen. Mhm. The bigger, the better. Und den kleinen. Genau. Ihr habt zwei Produkte in einem. Und ihr könnt absolut nichts falsch machen mit eurem Make-Up-Auftragen. Genau. Schmeißt einfach eure ganzen Schwämme weg und you know. Ja. Wow, ein richtig cooles Produkt für die Augen. Und zwar, was gibt es Schöneres als flüssigen Lidschatten? Und hier ist jetzt hier die Marke Reval Loves Me von Rossmann. Also eine mega geile Marke. Und hier haben wir ein Liquid Eyeshadow in so einer richtig krassen, wenn es je nach Licht in mehreren Farben jongiert. Hier haben wir zum Beispiel Blau, Lila, Grün, Gold, Silber ist dabei. Farbe 04 Into the Universe. Und ich liebe ja alles, was mit Astronomie zu tun hat. Sterne und Planeten und Galaxy. Und das ist einfach Galaxy in einer Flasche und am Auge. Und allein wenn ich das hier auftrage, so nice. Für Silvester seid ihr ja richtig gut gewappnet. Guck mal, wie schön es einfach in verschiedenen Farben, Lila, Blau, alles ist dabei. Also das kriegen auch keine Puder Lidschatten hin, sowas krass Schimmerndes zu haben. Und dieses Produkt von Reval Loves Me ist auch vegan. Also generell die Rossmann Eigenmarke ist top. Eine weitere krasse Marke darf ich im Adventskalender begrüßen und zwar Physicians Formula. Eine Marke, die teilweise richtig krasse Produkte anstarrt hat, nämlich zum Beispiel den Butter Bronzer. Den solltest du wahrscheinlich kennen, der ging auch mega ab. Bei diesen Türchen hast du die Chance, entweder den Butter Bronzer zu bekommen oder den Rose All Day Set & Glow Illuminating Powder & Dewey Balm. Das ist ein Blush, der glänzt und schimmert. Also richtig schön auch für den Alltag. Blush, so eine schöne Rosé Farbe. Ja, ganz dezent. Und das duftet auch schön. Also entweder Bronzer oder Blush mit Physicians Formula. Ganz neu bei uns im Adventskalender eine gehypte neue Marke und zwar von Transparent Lab. Ein Overnight Soft Smooth Lip Treatment mit 0,5% Ceramide, also eine richtig gute Lippenpflege. Machen die mal gemeinsam auf. Und wer Transparent Lab so verfolgt und kennt, das ist gerade unter Skincare Experten eine sehr gehypte Marke, weil sie einfach sehr, sehr gute Inhaltsstoffe haben und wirklich auch darauf achten. Also wer den einen oder anderen Skincare Account auf Instagram folgt, der hat Transparent Lab sowas von oft gesehen. Das ist jetzt einfach eine Nachtlippenpflege. Sehr reichhaltig und im Winter hat, glaube ich, jeder mit trockenen Lippen zu kämpfen. Und am nächsten Morgen ist nichts mehr trocken. Oh ja. Und zwar handelt es sich um die Marke Offram. Wir haben hier einen richtig schönen, edlen Highlighter. Ein High-End-Highlighter. Auch hier eine weitere High-End-Marke. Der ist so schön. Perfekt für die Feiertage. Absolut. Full-Size. Und das ist auch hier eine teure Preiskategorie. Oh mein Gott. Butter, oder? Ja, Wahnsinn. Deine Haut sieht nass aus. Vor allem, es hat keine Glitzerpigmente drin. Es sieht einfach aus wie, als würdest du strahlen einfach. Übrigens, im Dezember werde ich auch in meiner Story jeden Tag Storys reposten, wenn du die Türchen gemeinsam mit uns öffnest und auch postest. Also, wenn du in meiner, in ihrer Story sein möchtest und zum Kreis der Crash-Familia gehören möchtest, würde ich mich über einen Post freuen. Und ja, ich reposte alles, was geht. Markiert uns jeden Tag im Dezember. Genau, auch Crash-Cosmetics-Account. Wir reposten einfach alle. Vor allem jetzt hier bei diesem Türchen auch hier sehr, sehr hochwertig und fast bei wie hochwertige Produkte, wie wir es geschafft haben, im Kalender zu haben. Und zwar ist das hier von der Marke Ave & Ewell. Das ist jetzt hier ein Serum. Und zwar The Youth Boost Time Reversing and Firming Oil Gesichtsserum. Und du weißt, Skincare ist in diesem Jahr sowas von krass. Und vor allem die Seren, die transformieren deiner Haut nochmal krass. Und Ave & Ewell, auch hier, achtet immer super gut auf Inhaltsstoffe. Die Marke ist clean, parfümfrei, tierversuchsfrei und vor allem vegan. Wir haben hier ein Serum, ja, welches auf jeden Fall in kalten Tagen sehr schützt. Gerade für trockene Haut gibt es ganz viel Feuchtigkeit und ist ein richtig gutes Anti-Aging-Produkt. Darüber bin ich super, super happy, dass wir das gemeinsam kreiert haben. The last one! Der krasseste Highlight natürlich am Schluss und am Anfang des Videos hatten wir dir versprochen, dass es hier Crash-Produkte gibt, die es sonst so in unserem Shop noch nicht gibt. Und zwar bist du der, die Erste, die die Möglichkeit hat, dieses exklusive Produkt zuerst zu haben. Und zwar sind es auch hier zwei Produkte drin. Brandneue Crash-Pinsel, die neue Edition, die gibt es jetzt erstmal nur im Kalender. Und dann, wenn wir fertig sind mit den restlichen Pinseln, dann launchen wir neue Crash-Pinsel. Die sind ja super gefragt, weil wir schon Pinsel in Vergangenheit rausgebracht haben. Aber das hier ist die neue Edition, die neuen Pinsel, die bald bei uns launchen werden. Und du hast hier schon die ersten zwei. Absolut. Und zwar hier einmal ein Foundation-Pinsel in so einem richtig geilen 3D-Optik. Farblich haben wir uns ein bisschen verändert. Das sind ja neue Pinsel, die wir rausbringen werden. Und das ist auch viel mit Rot und Nude-Beish. Und mir gefällt es einfach so krass sehr, in welche neue, sagen wir mal, elegantere Richtung sich ja Crash entwickelt. Genau. Und dazu passend hast du auch den Concealer-Pinsel. Auch hier in einem Buffer-Brush. Und das ist jetzt hier die neuen exklusiven Pinsel, die es hoffentlich bald generell bei Crash geben wird. Also ein Crash-Pinsel-Set. Aber du hast jetzt hier einfach schon mal die ersten zwei. Wann bringt ihr neue Pinsel raus? Unsere Pinsel sind so alle aufgebraucht. Wir brauchen neue Pinsel. Wir arbeiten schon seit langem, langem wirklich dran. Und diesmal haben wir uns gesagt, hey, wir wollen unsere Community nicht noch länger warten lassen. Wir müssen sie einfach mit mindestens zwei Pinsel beschenken. Ich finde, diese Farbe konnte uns nicht besser gelingen irgendwie. Es ist einfach so ein richtig schöner... Es sind Schmuckstücke. Der Adventskalender ist jetzt limitiert erhältlich. Jetzt schnell seid und bei crashcosmetics.com in unserem Shop versandkostenfrei den Adventskalender bestellen. Und bei purewish.com gibt es auch unseren Adventskalender jetzt alles online. Ende Oktober, Anfang November ist er dann bei dir zu Hause. Aber du musst echt nicht lang warten, bis dieses Schmuckstück bei dir zu Hause ist. Schreib mir deine Meinung zum Kalender in die Kommentare und danke für jeden einzelnen Support. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann. Bye, bye. Bye.